Es kommt immer wieder die Frage, Gopal, wo hast du denn dein ganzes Wissen her, deine Erkenntnisse, deine Einsichten, wo kommt denn das her? Diese Frage möchte ich ganz einfach beantworten. Alles, was ich vermittle, alles, was ich euch anbieten kann als Unterstützung, kommt aus einem einzigen inneren Raum heraus und das ist der Wunsch zu helfen. Wenn dieser Wunsch komplett rein ist, dann wird alles in die Wege geleitet, dass man auch helfen kann. Das heißt nicht, dass man ohne Medizinstudium das tun kann, was ein Arzt tut. Das heißt das gar nicht, sondern dass man in die Lage versetzt wird, mit dem, was man hat an Kenntnissen, an Fähigkeiten, möglichst umfassend helfen kann. Und wenn man natürlich studieren möchte, kann man das machen, wenn man Fortbildung machen möchte. Das entwickelt sich alles von alleine dann. Da erscheinen dann Möglichkeiten in alle Richtungen, in alle Richtungen. Und zwar immer so, dass es einem entspricht, auch dem eigenen Wunsch, in welcher Art man das machen möchte. Wenn man total helfen will, global, umfassend, dann wird auch das, was einem eingegeben wird, global und umfassend sein. Es hängt einfach nur an diesem Raum. Wie sehr möchtest du helfen? Wie umfassend und wie ehrlich ist dieser Wunsch? Wenn das nicht ganz ehrlich und rein ist, dann funktioniert das nicht so gut. Es könnte zum Beispiel sein, dass das verunreinigt ist, mit Ideen etwas für sein Ego zu bekommen. Zum Beispiel mehr Anerkennung, mehr Bekanntheitsgrad, mehr Geld, mehr Klienten und so weiter. Dann ist das ein bisschen verstopft und dann fließt es nicht und dann hakt es halt. Und dann kann es sein, dass man zu wenig Klienten hat oder dass irgendwie alles stockt. Aber wenn dieser Wunsch komplett rein ist, wie ein reiner Diamant, dann wird es so viel in einen einströmen, dass man das überhaupt nicht alles unter die Menschen bringen kann. Das geht gar nicht. Das ist wie eine Explosion. Und diese Reinheit, die kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass man selber unsäglich gelitten hat. Das ist in meinem Fall der Fall. Ich habe unvorstellbar gelitten und das war so extrem, dass ich nur noch den Wunsch hatte, zu helfen. Weil ich dann weiß, wie andere leiden. Und eine andere Variante ist, dass man zum Beispiel nahestehenden Menschen zuschauen muss, wie sie leiden. Also es braucht für die meisten so eine Situation, um einen solchen reinen Wunsch entstehen zu lassen, dass der überhaupt entstehen kann. Vielleicht gibt es Menschen, die sehr rein auf die Erde kommen und viel überblicken können, wo das nicht so ist. In meinem Fall war das so. Und wenn man selber durch die Hölle durchgegangen ist und sich so öffnet, dass man helfen möchte, dann wird einem das alles gegeben. So wie zum Beispiel dieser lokale Gruppenprozess. Als Beispiel sage ich jetzt mal, da habe ich intensiv über Wochen oder sogar Monate darüber nachgedacht, wie kriegen wir dieses Problem gelöst, dass es nicht genug Therapeuten gibt. Ich habe da Tag und Nacht darüber nachgedacht und gebetet und meditiert für eine Lösung. Ich habe gar nicht erwartet, dass da irgendwas kommt. Aber mich hat dieses Thema so beschäftigt, weil ich gesehen habe, dass wir so nicht weiterkommen. Und dann urplötzlich ist das ganze lokale Gruppenprojekt schlagartig in meinem Geist erschienen, komplett fertig und ich musste das dann nur noch ausformulieren. Das Verrückte ist ja sogar, dass ich selber diesen Prozess nie erfahren habe und da gab es schon über 100 lokale Gruppen, die dann begeistert berichtet haben, was da alles passiert. Und ich selber habe das nie erfahren bis zu dem Zeitpunkt. Und erst als mich dann jemand eingeladen hat, ja, Gopal, mach doch mal mit, da habe ich dann erst selber erfahren, was das für eine Wirkung hat. Trotzdem wusste ich aber ganz genau, dass das wahr ist, dass das funktioniert, weil das dann ganz von innen, von tief drinnen kommt. Und wenn dieser Wunsch rein ist, dann hat man auch Energie, ja. Also das war bei mir zum Beispiel so, dass ich noch während meiner IT-Zeit morgens um 4 Uhr aufgestanden bin, zwei Stunden Trauma-Bücher gelesen habe, dann zur Arbeit gefahren bin, programmiert habe und dann bis spät in die Nacht weiter Bücher gelesen habe, jeden Tag. Ich habe jede Minute genutzt, ich habe alle Fortbildungen gemacht in allen Bereichen, die es nur irgendwie gab. Viele Ebenen, ganz esoterische Methoden, Heilungsmethoden, Energielenkung, ja. Ja, ganz normale Trauma-Arbeit, körperorientierte Trauma-Arbeit, Bindungsarbeit. Ich habe alles gemacht, was mich angezogen hat und ich war einfach bei ganz vielen Lehrern. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens bei großen Lehrern verbracht, in der Nähe großer Lehrer und da gab es welche, die haben mich, ja, die haben einfach alles runtergeladen, was möglich war. Also ich war dann ganz nah bei denen dran und die haben dann über Stunden und Stunden und Stunden ihre ganzen Schätze sozusagen mir übertragen und aus diesem Ganzen schöpfe ich dann. Aber der Kern der ganzen Sache ist, der ehrliche Wunsch zu helfen. Einfach nur das. Und dieser ehrliche Wunsch zu helfen, das dockt uns an, wie so an die Quelle an. Ja, weil das ist wie so eine Brücke und das Eigentliche, das kommt von dort. Das heißt, wir sind das eigentlich nicht, sondern wir öffnen uns für das Göttliche, könnte man sagen. Und dann kommen eben Erkenntnisse, Einsichten und so weiter. Das tickert dann durch und das kann auch manchmal so sein oder das war dann auch so in der Anfangsphase, dass ich morgens aufgewacht bin und hatte vier, fünf Videos komplett fertig im Kopf. Ich muss nur die Kamera anmachen und habe dann zwei Stunden erzählt. Das ist ohne Vorbereitung. Also wir docken damit an. Wir werden zu einer Brücke, zu diesem, was das auch immer ist, wo das alles herkommt. Und das Gute, das Heilende. Und wenn wir das verwursteln und verwässern mit Ego-Ideen oder so, dann ist dieser Kanal wie so blockiert, hatte ich ja gesagt. Dann kann sich das nicht ganz zeigen. Und das ist einfach für viele wichtig. Die wollen helfen. Ich höre ja auch immer von Leuten, die Praxen haben und so weiter. Die wollen helfen, aber die haben ganz oft lauter Vorstellungen, was dann für sie dabei rausspringt. Und so funktioniert das nicht. Wer auf diesem Weg ist, der muss wirklich den reinen Wunsch haben, zu helfen. Und da ist kein Platz für ich und Ego und mir und mein. Das stört da nur. Meine Erfahrung ist, dass es da keine Grenzen gibt. Da gibt es keine Grenzen. Wenn ich global etwas in Bewegung setzen will, dann wird das geschehen. Ich hatte ja neulich das Beispiel genannt, mich hat jemand von der UN angesprochen. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat jemand von der UN mich gebeten für ein zerstörtes Land in Afrika. Was könntest du machen für dieses Land? Was kann man da tun? Da habe ich ein Video auch zu gemacht. Da öffnen sich alle Türen. Daher kommt das alles. Und ich bin auch froh, dass das nicht an mir hängt. Ich weiß, dass da was Wertvolles passiert. Aber es hängt zum Glück nicht an mir, sondern jeder, der den reinen Wunsch hat, zu helfen, in den wird das einfließen, was gebraucht wird. Und aus diesem Raum kommt das alles. Da gibt es alle Lösungen für alle Probleme. Und später, wenn mehr Menschen auf diesem Weg sind, dann kann das auch ganz formale Strukturen annehmen. Zum Beispiel, dass man sich mit 100 zusammensetzt, sich öffnet dafür und eine spezielle Situation lösen möchte. für die es noch keine Lösung gibt. Zum Beispiel radioaktive Verseuchung. Gibt es noch keine Lösung? Wie wir damit umgehen sollen? Fukushima, dieser ganze Zirkus damit. Gibt es noch keine Lösung? Wir haben noch keine. Aber diese Lösung gibt es. Die gibt es. Wir müssen uns nur dafür öffnen. Und ein Gebet aus Verzweiflung ist auch so eine Öffnung. Das ist alles derselbe Raum. Und wir öffnen uns auf verschiedene Art und Weisen. Aber das muss rein sein. Und das können wir nicht mit dem Kopf und das können wir nicht so machen, dass wir dann was davon haben. Dann klappt das nicht. Weil das, was da, dieser Raum, aus dem das kommt, der ist eben nicht ich. Das ist das Ganze. Ich hoffe, das gibt eine Erklärung für euch. Wie gesagt, jeder hat Zugang dazu. Jeder. Jeder hat Zugang dazu. Macht doch einfach mit. Macht eure eigene Sache und in jedem fließt dann was anderes ein, was einen weiteren Aspekt bringt. Macht mit, um Himmels Willen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, Vielen Dank.